Also ich bin Luise, ein ganz normales Mädchen, das zur Uni geht und durch Zufall eigentlich ein Buch entdeckt, wodurch sie in die Vergangenheit katapultiert wird. Also Luise begegnet in der Vergangenheit als erstes Heinrich, der ein arroganter Mensch ist, aber im Prinzip eigentlich trotzdem im Herzen lieb. Aber er hat halt seine Seele verloren, deswegen ist er so böse. Ja und mit ihm erlebt sie dann ganz viele Abenteuer und dann kommt auch Kurt dazu, der so ein bisschen eine Tollpatschige ist. Ja und die erleben immer ganz viel. Also ich glaube an sich, Luise ist eigentlich ein ganz lieber Mensch. So in dem Sinne, also sie ist ein bisschen zurückhaltend und ich glaube, sie will so ein bisschen ihr Leben genießen, aber dieser Moment, wenn sie halt eben dann in die Vergangenheit katapultiert wird, tut sie so ein bisschen aufwühlen und dadurch wird sie so ein bisschen zum ängstlichen und eher ein bisschen zickigen Menschen. Ja, aber im Endeffekt ist sie glaube ich im Herzen echt ein lieber Mensch. Also Luise macht auf jeden Fall aus, dass sie eben so ein im Prinzip starker Charakter ist, weil sie dadurch, dass sie trotzdem irgendwie, ich meine sie ist in einer anderen Welt, sie kennt das ja alles nicht und in dem Moment, wo sie dann in der Vergangenheit ist, ich meine sie streut sich ja gegen alles. Sie will es ja ständig nicht machen und sie will ja nur noch nach Hause. Sie ist ja komplett aufgewühlt in den ersten Folgen und trotzdem macht sie die Abenteuer mit. Also trotzdem sagt sie ja, ich gehe da jetzt mit und ich mache es auch, wenn ich Angst habe und das ist so das, was mir in der Rolle, glaube ich, gefällt. Ja, ich muss sagen, also mir gefällt an sich, an Luise nicht, dass sie sich die ganze Zeit so rumkommandieren lässt von allen und nicht so wirklich ihre Meinung dazu sagt. Ich meine Heinrich tut sie ja durch keine Ahnung was jagen und sie rennt ihm ständig nur hinterher, aber das Gute ist, dass es sich ändert. Also positive Erlebnisse am Set gibt ganz viele. Also ich finde einfach, ich finde es wahnsinnig schön, wie familiär das Set ist. Es ist irgendwie immer jemand da, wenn man jemanden braucht und jeder redet mit einem, man fühlt sich aufgehoben. Also ich meine, so die einzige negative Erfahrung, die ich gemacht habe, ist glaube ich, als wir mal einen Nachtdreh hatten, wo wir da mitten in der Nacht gedreht haben und uns wirklich arschkalt war und alles ausgefallen ist, der ganze Generator und wir dann nur da standen und uns gedacht haben, ja, okay, wie geht es jetzt weiter? Aber ansonsten muss ich echt sagen, ich habe glaube ich bis jetzt fast nur positive Erfahrungen gemacht. Ein typischer Gesichtsausdruck oder ein typischer Satz wäre, Heinrich. Das. Ja, ich würde sagen, Max, bitte lass uns nicht mehr so oft in den Wald gehen. Ich kriege langsam Paras von Wald. Jo. Ja...